Die K.I.S. Die K.I.S. Wie schafft es ein Programmierer, den Vorstandsvorsitzenden kennenzulernen? Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Der Präsident kriegt Mr. Garrick nicht mal ans Telefon. Du hast das Große losgezogen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, das freut mich auch, Caleb. Lassen wir doch den ganzen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Scheiß. Cheers. Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Hallo. Hi. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du? Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist es überhaupt möglich? Warum denn nicht? Du hast das Gebäude hier noch nie verlassen. Wir könnten das zusammen machen. Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Denkst du an mich? Wenn du lügst, merke ich das. Nein. Lüge. Vielleicht tut sie nur so, als würde sie dich mögen. Warum sollte sie das machen? Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet? Darauf habe ich keinen Einfluss. Wieso hat jemand darauf Einfluss? Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt. Es wird das nächste Modell sein, das den wahren Durchbruch bedeutet. Was machst du dann mit dem Alten? Du musst mir helfen. Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrecht gehende Affen, dazu verdammt auszusterben. Ist es seltsam, etwas erschaffen zu haben, das dich hasst? Was hast du mit Eva gemacht?